So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit einer neuen Kritik, denn es geht um The Big Short. Das ist ein neuer Film, der auch einige Male Oscar nominiert ist und ob das gerechtfertigt ist, das erfahrt ihr jetzt. Im Jahr 2005 stellt Michael Berry fest, dass der Immobilienmarkt auf faulen Anleihen bzw. Krediten basiert und es nicht mehr lange dauern wird, bis der Markt zusammenbricht. Daraufhin geht er zu den Banken und will sozusagen gegen den Immobilienmarkt wetten. Also er will diese Aktien shorten und bringt die Banken dazu, eine Aktie auf den Markt zu bringen, die genau diesen Zweck unterstützt. Und so kauft er für insgesamt 1,3 Milliarden Dollar Aktien gegen den Immobilienmarkt. Marc Baum hat es sich zur Aufgabe gemacht, alles was in der Welt der Banken und Aktien so schief läuft, aufzudecken und auch seinen Profit daraus zu schlagen. Als er dann von diesem Deal durch Jared Venet, der bei einer Bank arbeitet, mitbekommt, weil der will natürlich auch ein Stück von dem großen Kuchen abhaben, erfährt er von der Aktion von Michael Berry und geht dem Ganzen auf den Grund. Schnell bekommen sie heraus, dass das Ganze wirklich stimmt und eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass der Immobilienmarkt zusammenbricht und so wetten sie ebenfalls dagegen. Ben Rickert sucht einige Zeit später auf einer sozusagen Banken-Banker-Konferenz in Las Vegas nach einem neuen Deal für sein Unternehmen. Schnell bekommt er dann auch von diesem Shorten der Aktien des Immobilienmarkts mit und wettet ebenfalls dagegen, beziehungsweise kauft auch Aktien in einem wirklich nicht gerade kleinen Umfang. Und so warten sie alle zusammen sozusagen, bis der Immobilienmarkt zusammenbricht und da gibt es einige Wendungen, einige sehr verstrickte, komplizierte Sachen, aber dazu gleich noch mehr. Aber so viel jetzt erstmal zur Grundstory. Christian Bale spielt hier eine etwas kleinere Rolle. Er ist nur am Anfang des Films und am Ende sehr viel zu sehen, mittendrin eher weniger, denn er ist sozusagen der Auslöser des Ganzen. Und er spielt halt hier einen sehr seltsamen Analysten, der ja seinen eigenen Kopf hat und damit auch sehr erfolgreich ist. Wirklich gut, aber so wirklich viel Schauspiel ist da nicht da. Ryan Gosling ist hier ebenfalls nicht so ganz so präsent, ebenfalls auch Brad Pitt. Die sind einfach eher kleiner. Es geht eher um diese Analysten, die mit denen zusammenarbeiten. Die sind eher im Vordergrund, beziehungsweise wer auch im Vordergrund sehr viel ist, ist Steve Carell. Ist hier auch Oscar nominiert für seine Rolle und spielt einfach unglaublich. Also ab da, wo der seriöse Rollen spielt und keine Komödie mehr macht, ist der einfach geil und liefert coole Performance ab. Ist einfach Hammer und ist hier auch wieder einfach richtig gut dabei. Und kann ich nur wirklich sagen, super gemacht. Und so vom Schauspielerischen her ist das alles auch sonst im grünen Bereich. Technisch bekommt man hier einen Film in einem bestimmten Dokumentarstil, weil sie müssen sehr, sehr viel erklären. Und das machen teilweise die Schauspieler, beziehungsweise die Rollen, sprechen den Zuschauer direkt an und erklären einige Sachen, damit man das auch alles versteht. Und ich finde, das passt nicht so unbedingt. Man hätte das auch anders lösen können. Und ich finde das in dem Fall einfach, ja, manchmal ist es halt so Dokumentarstil nach dem Motto, ja, ich ziehe jetzt die Schärfe nicht richtig, damit das so aussieht. Finde ich persönlich nicht so geil. Wäre ein anderer Stil, fände ich besser gewesen. Ein sauberer Stil und nicht so dieses auch möchte gern Dokumentar. Das hat mir einfach nicht so getaugt. Und ja, deswegen komme ich auch jetzt schon zu meinem Fazit. The Big Short ist ein sehr komplizierter Film, muss man sagen. Es kommen sehr, sehr viele Fachbegriffe vor, die zwar versucht werden zu erklären, aber nicht alle, die Erklärungen sind nicht alle zu 100% verständlich und für jeden nachvollziehbar. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, kommt man drauf, aber es dauert schon so ein bisschen und man denkt sich, okay, der hat das jetzt erklärt, wie geht das jetzt nochmal genau. Zusätzlich basiert das Ganze auf einer wahren Geschichte, aber die scheint unglaublich zu sein und echt krass, aber das kommt nicht so wirklich hundertprozentig zum Vorschein, weil die Substanz so schwierig ist, das Ganze zu erklären. Und das bringt der Film mich zu 100% drüber. Und ja, man kann sagen, das Schauspiel ist sehr gut. Steve Carell ist überragend, finde ich richtig geil. Technisch ist der Stil, ja, so gefällt mir nicht so ganz. Also muss ich leider sagen, dass das mich so ein bisschen enttäuscht hat von dem Stil her. Hätte ich gedacht, das wird ein richtig geiler Film. Und ja, deswegen kann ich den Film zwar empfehlen, allerdings sollte man sich den vielleicht nicht unbedingt im Kino anschauen, aber sich auch mit der Materie beschäftigen, damit man das alles versteht. Und deswegen, es ist ein sehr schwieriger Film. Ist nicht für Leute, die eh sehr leicht den Faden verlieren, vielleicht nicht unbedingt was. Aber sonst ist der Film soweit gut gemacht, gut geschrieben. Aber es ist von der Substanz, von den Fachbegriffen her einfach zu komplex für jeden, das zu verstehen. Das muss man sich auf jeden Fall vorher überlegen, bevor man sich den Film anschaut. Und ja, damit bin ich am Ende mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, schaut auf dem Kanal vorbei. Da ist heute eine neue Folge KJ Games Movie Collect rausgekommen. Morgen kommt eine neue Folge KJ Games Merch Collect. Und ja, auch eine andere Kritik ist noch rausgekommen zu Creed. Und schaut euch die auf jeden Fall noch an. In diesem Sinne, bis demnächst und immer schön weiter zocken. Ciao.